Ich bin schon wieder bei A. Und Abschluss. Wir haben noch 500. Wir sind eh gleich tot. Guck doch auf Anweise mit der Grundausbildung. Er kriegt nur 20 Satz früher, wenn man die Grundausbildung beendet. Ne, wenn man den zweiten Schritt der Grundausbildung beendet, mit dem Töten von Gegnern und so, dann kriegt man 20 Satz. Das ist cool, oder? Grundausbildung. Grundausbildung. Okay, ich muss den Generator überladen. Ich renne jetzt quer über die ganze Technikanlage. Ne, der hat jetzt nichts freigeschaltet. Der Generator gegenüber. Ja, dann guck doch mal auf Ausbildung. Rüstungsemblem. Was entsperren? Was kostet das? Vier. Was bringt wir? Rüstungsemblem. Rüstungsemblem. Team, dann hast du unser Zeichen. Auf deinen Klamotten und auf deinen Panzern. Ja, ich hab's mal für 400 Serbs gekauft. Scheißdreck. Ja, das hat jeder ausgegeben. Aber dann bekommst du das für Infanterie gleich dazu geschenkt, ne? Achso. Glaub ich. Glaub ich. Wenn du das kaufst als Anweisungsupdate, glaub ich, kriegst du dann das für Infanterie dazu geschenkt. Irgendwie so war das. Aha. Gut, aber jetzt habe ich das erledigt und jetzt würde ich Gang 2. Anweisen ausgeführt 0. Fahrzeugteambelohnung. Aber Killis im Bereich ist gesperrt, warum auch immer. Ja. Ich verstehe das Grundausbildungssystem nicht ganz. Also laufe ich noch mal ganz nach links. Das müsste dir auch links am Bildschirmrand angezeigt werden, wenn du lebst, was du machen musst. Nix mehr. Töten in der Mission. Im Missionsgebiet ist noch gesperrt. Ja, und hast du die davor alle erfüllt? Ja. Alle fertig. Das war ja nur Grundausbildung. Das war einmal Team und einmal, äh... Ne, das Team ist Kontakte. Das ist nicht Kontakte. Das ist nicht, äh, Kampfding. Ich habe alles ausgeführt auf jeden Fall. Das ist komisch. Aber wir sind, glaub ich, auch gleich am Ende der Aufnahme. Ah, noch zwei, drei Minuten haben wir noch. Boah, wir sind ja warm. Wie froh haben wir denn? Gut, kurz nach fünf, das passt. Ach du Scheiße, wir verlieren die Einlage. Ganz links? Ja, gegen die Vanus. Äh, Tarana. Ja, das habe ich schon ungefähr vor einer halben Minute gesagt, oder vor einer Minute. Ja, ich habe aber noch eine Max gekillt. Aber jetzt werde ich gekillt, weil ich nicht weiß, woher die Schüsse kommen. So, dann fahren wir noch einmal, Harry, oder? Ja, ich mache der Ende der Aufnahme. Ist doch fertig. Hast du jetzt schon? Mehr wie eine Stunde? Ne, wir haben noch weniger wie eine Stunde. Ich tippe auf zehn Minuten weniger wie eine Stunde. Sicher? Bis erst 20 nach 24 gekommen? Also, ich war elf nachts da, da musste ich mein Spiel noch anmachen, wir haben uns da unterhalten. Okay, gut, dann kann es sein. Dann machen wir noch fünf Minuten. Ich sag, so weißt du mal, wie lange du aufnimmst. Ja, mein Audacity hat es irgendwie minimiert, ich sehe es jetzt gerade nicht. Das ist mein Problem. Ich hoffe, der Typ hat mir nicht an der Base schon mal gekillt. Ich bin da. Ich bin auch an der Base. Ja. Ich bin hinter dir, ich gehe oben drüber. Der ist runtergesprungen. Wir werden gleich von oben runter pushen. Da unten rennt er? Unten läuft er, ja, ich habe ihn gesehen. Der ist wirklich ein Spion. Hab ihn. Oh, es war ein 100er. Ja, der hat mir noch ein bisschen Damage gegeben. Ja, und ich habe ihn erschossen. Und ich habe wieder an der Base verteidigt. Yeah. Diesmal sogar ganz alleine war ich alle getötet. Äh, Sandy von Nordwest, markiert. Ja, wir müssen den Harry holen, wo kann man die hier ziehen? Der ist eine Umrüststation, die bringt aber nicht so viel jetzt. Der ist in der Base. Der ist nicht in der Base. Der ist nicht in der Base. Der fährt an der Base entlang. Der ist jetzt im Nordwesten immer noch da, wo ich bin. Jetzt ist er getarnt. Wie kann der mich so schnell töten? Scheiß Spiel. Das ist schon mal wieder. Und die haben wir amix getrunken. In dem Galaxy darauf gemacht. Ja, wo kann ich sagen, da könnte auch noch einmal den Max behen. ich bin schwierig wir haben noch nicht gleich tot wie hässlich das doch ist mit den maxes und zu weg ist es schon auch von hinten ja aber die max habe ich noch erwischt das ist gut aber die wird wahrscheinlich wieder gelebt oder ich bin mir nicht sicher wir waren gerade in abung aber weg ist er gewesen das ist wichtig und im c4 kill ist auch ein fester orax im c4 aber jetzt kommt eine gleiche armee angemopst das kleine armee angemopst kommt ich weiß bloß nicht wo sie sind yes man also ich habe die ganzen terraner auf der treppe gerade gerabt ah mann ich bin da unten gewesen aber ich habe keinen einzigen genommen ach und wieder verteidigt aber sie haben unser fahrzeugterminal gehackt das ist kein fahrzeugterminal das ist ein infanterristen terminal nein das panzerterminal hätte ich gehackt auch weil das hier haben sie auch gehackt das umrüstungsterminal alter ich hatte gerade so eine schöne killstieg und jetzt wird sie natürlich beendet vier oder fünf leute auf der treppe gerade weggeballert so hat sich da einer außen umgeschlichen jetzt machen wir erstmal die panzer hier weg das ist auch so unterstützung ja hinter dir ist ein brawler und ein lightning übrigens echt schön das geht aber schnell die haben hinterm fahrzeugraum gewartet ich weiß nicht ob sie nicht gesehen haben auf jeden fall sind sie da einer fette hinterher ein brawler ich beschiss gerade ein sandauer weißt du mir auf den scheiß sandauer drüber wir sind immer noch fünf positiv alter was haltet der sandauer aus ich bin ja fast mal stolz auf mich in der augen ich bin hier zu beschummeln voll positiv umzulaufen das gibt's nicht ich hab das sandauer nicht gezählt gekriegt kannst du noch ein lightning ziehen nein weil wir gleich den a-punkte verlieren und nein ich werde keinen leidenschaft ziehen wenn ich ihn direkt in einem fahrzeug von zwei brawler und ein lightning steht egal lightning nummer zwei frederick gestorben oder nein noch lebe ich also ich meine mit deinem letzten ja mit dem müde gestorben aber ich habe den sandauer blutig geschossen blutig blutig also wenn man ein fahrzeug blutig schießt dann muss man schon einiges reinschießen oder die infanteristen davor weg haben hm nein hinten kommt jetzt noch ein lightning nein der baul hat mich doch noch gejagt der arsch also im a-punkt drin ist jetzt schon party ich bin bei mir weiß ja oben drüber kommen das steht so weit weg das lightning äh sonder wie sehe ich das ob der einschatzschild hat äh wenn er oben drauf so ein leuchtendes ding hat und wenn der leuchtet wenn du ihn abschießt dann hat er eins als schild ich klebe mal zwei c4 dran oder eins nein hat er nicht aber kommt infanterie raus ja und die hat mir sogar von den hast du ihn gesprengt nein nicht aber er qualmt hast du mein ich bin ja noch viele sind ja noch viele fahrzeuge nein keins du dich macht steppe bucatana wo eben gekommen ja man da macht mich mit zwei schuss weg aber ich hab kein bock mehr mir geht Dienstabzeichen so aber jetzt bin ich die aufnahme bis zum nächsten mal meine Freunde und wir sind raus und tschöuuu bay komische